Hi, Willkommen zurück zur neunten Folge von The Last of Us Part 1. Ich bin der Smoker und wir machen jetzt da weiter, wo wir letzte Folge aufgehört haben, wir haben diese Kanalisation hinter uns gebracht und sind dort gekommen, war gar nicht so einfach und haben jetzt hier so einen kleinen Vorort getroffen, wo wir jetzt gerade versuchen alles mögliche zu finden, was wir hier haben. Und wir müssen uns zu dem Funkturm begeben und da werden wir jetzt versuchen hinzukommen. Also, legen wir los. Denn wir müssen ja auch mal vorwärts kommen, ne? Hey Sam, was macht ihr? Okay, ich zuerst. Ich bin dort. Verdammt, du bist dran. Nur werfen? Ja. Wasch! Ein Naturtalent. Glück! Nein, was nicht? Deines Glück. Ha! Okay, hau jetzt ab, du Angeber. Und nochmal. Fuck! Furchtbar. Okay. Unentschieden. Nein, nein, nein. Ich hab dich fertig gemacht. Was meinst du mit fertig gemacht? Das ist doch unentschieden! Ja, okay. Ha. Da auch. Ah, hier. Da war ja voll. Es kommt der Tag, an dem Kinder wieder Kinder sind. Sicher. Gehen wir. So, wir sind jetzt hier fertig. Deswegen gehen wir jetzt mal hier weiter. Ja. Seht mal was? War ich hier schon? Mal kurz nachgucken. Aber ich glaub ja, das war das Erste, oder? Ja. Hey, lauf ich grad zurück. Hui. Hallo. Die Hunden nennen da ja. Könnt ihr eigentlich nochmal zur Werkbank, aber... So, hier geht's nicht weiter. Äh... Ja. Fireflies waren hier. Echt? Ja, sieht ganz so aus. Wie sollen wir sie finden? Ich kenne da wen. Mein Bruder genau genommen. Er war ein Firefly. Soweit ich weiß, ist er in Wyoming. Wir gehen hin, finden ihn, finden die Fireflies. Bist du dabei? Ha? Klingt nach einem guten Plan, Mann. Ja. Wahrscheinlich auf die andere Seite. Hey, Henry. Ja? Mit den anderen? Was meinst du? Na, wenn wir leben, kann es doch jemand anders auch geschafft haben. Ja, ist ja... Muss gern gut sein. Rein, muss aber nicht. Oh, Mist! Wegkommen! Aufstehen! Schachtschütze! Wo ist das hier? Irgendwo dahinten. Irgendwo dahinten. Bleibt alle hier. Nein! Bevor es losgeht. Ihr müsst ihn für mich achten. Ich gehe hinten rum. Und versuche ihn anzuvisieren. Okay. Hey. Vorsichtig. Mit dir werde ich ihn da noch nicht treffen, wahr? Mit dir werde ich ihn da noch nicht treffen, wahr? Ja, hätte ich ihn eigentlich schon sehen können, oder? Und Zoom. Von dir trifft man den nicht. Überall in einer Gebäude, die ich nutzen könnte. Da fahren wir gar nicht früh rein. Was? Was ist denn noch ein anderer? Ja. Was sind das? Die sind ja noch nicht hier. Los! Du wirst du bezahlen, Arschloch! Was ist das? 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 Das ist hier. FD. Awa. Awa! Ei, ei, ei. Kein Stress. Nicht verlieren! Ich sehe ihn! Er ist hier drin! Er ist hier drüben! Ja, Lecher! Er ist weg! Ich finde dieses Arschloch! Sauerarschloch! Und? Wo wollte ich jemanden hin? Hey, guck guck! Das ist ja nur der eine hier! Das ist ja nur der eine hier! Da war der! Er hat schon noch übel viel Loot, ey! Er ist weg! Kann ich ihn hier treffen? Oh! Ich geh zum Reden aus! Erft! Ich glaube, von dir kann ich ihn noch nicht treffen. Wird schon in das Haus müssen. Ist er da drüben? Hier ist er nicht! Ei, ei, ei. Lass mal nachladen. Ach Gott! Was? Komm her! Die zwei habe ich überhaupt nicht gesehen gehabt. Ich sehe ihn nicht, du! Er ist weg! Oh, es sind echt zu viele noch! Seid hier! Dafür wirst du bezahlen! Jetzt gibst du ruhig da oben! Oh! Arzt, er kann hier in den Winkel schießen! Er soll schießen! Ne! Karaschu! Da ist er! Die andere V-Leute! Wenn keiner von hinten kommt. Sieht aber nicht so aus. Oha! Er macht einen Schaden da oben! Ich mach gleich rein mit der Neue herstellen! Faktisch! Bei der Neue. Ist er dort? Hier ist er nicht! Ich finde dieses Arschloch! Mein Motorrad hat den nicht gekillt! Hey! Du bist ruhig. So, du dran, mein Freund. So, ich soll die Treppen nach oben finden. Also, alleine hier. Also, ich will jetzt looten. Wenn es denn was zu looten gibt. Wo ist denn? Also, fahr mal weg. Der versteckt sich doch irgendwo. So. Okay. Euer Schutz. Oder nicht Munition hier. Was ist das? Na los, Leute. Ja. 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 Im Lauf. Wir haben aber Eier da beim Scharfelsen so froh zu rennen. Oh. Das ist schlecht. Den kann ich nicht viel machen. Oh, wie viel ist denn das? Ja, genau. Brenn, Arschloch. Da liegt es. Komm. Ich werde nicht ab. Ich werde nicht ab. Scheiße. Oh, das war heftig. Ich werde nicht ab. Alles okay, Sam? Ja, bin okay. Danke, Joel. Es wird euch beeilen. Sie mal da. Okay. Geschafft. Wir müssen weg. Okay. Sam. Sam. Alles okay? Ja. Mir geht es gut. Sicher? Ja, alles gut. Gehen wir. Einige hier. Einige hier. Oh Gott. Oh Gott. Ah, ihr seid jetzt unbedingt abhauen. Bist du okay? Ich lebe. Jemand verletzt? Ist okay. Okay, machen wir, dass wir wegkommen. Kommt mit. Dann los. Was für eine Action. Ich glaub dir kein Wort. Im Ernst. Es war Tommys Geburtstag. Er wollte nichts anderes als zwei Harleys mieten und einfach losfahren. Oh Mann. Das wäre das größte, wenn ich fahren könnte. Nur um den Block. Wie war's denn? Das war gut. Recht gut. Gut? Ist das denn zu glauben? Na los, Mann. Ich will Details. Beschreib es. Wisst ihr was? Ihr zwei führt jetzt ein Männergespräch. Nein, nein, Ellie, Ellie. Es geht ja nicht um ein normales Motorrad, okay? Wenn du auf die Maschine steigst und den Motor spürst. Das ist echt einmalig. Ach ja? Und woher willst du das wissen? Ich hab davon geträumt. Ich glaub nicht, dass einer von unseren Leuten kommt. Ja. Das Schlimmste daran ist, es Sam zu erklären. Tja, was soll ich sagen? Die zwei haben sich gesucht und gefunden. Was machst du? Ich überprüfe, wie viel Essen wir jetzt noch haben. Verstehe. Und wie sieht es mit den Dosen Pfirsichen aus? Hat Henry dich geschickt? Nein. Warum soll Henry mich schicken? Damit er sicher ist, dass ich keine Scheiße baue. Ich finde, wir haben uns gut geschlagen. Und ganz besonders du. Ist alles okay? Ja, ist alles okay. Okay. Tja, ähm. Dann gute Nacht. Warum hast du nie Angst? Wo hast du das denn her? Dann sag mir, wovor. Oh, mal sehen. Skorpione sind gruselig. Ähm. Allein zu sein? Ich hab Angst davor, allein zu leben. Und was ist mit dir? Die Dinger da draußen. Was, wenn die Menschen noch da drin sind? Wenn sie gefangen sind, ohne Kontrolle über den Körper. Ich hab Angst, dass mir das passiert. Okay. Zuerst mal, wir sind ein Team. Wir helfen uns gegenseitig. Und zweitens... Sehen sie vielleicht noch wie Menschen aus. Aber niemand steckt mehr in ihnen drin. Und mein Bruder sagt immer, dass sie gegangen sind. Zu ihren Familien. Wie im Himmel. Glaubst du, das stimmt? Tja, ich weiß auch nicht so genau. Ich mein... Ich würd's gern glauben. Du tust es aber nicht. Hm... Nicht wirklich. Ja. Ich auch nicht. Oh. Jetzt hätt ich's beinah vergessen. Ich hab ja noch was. Hm. Da. Wenn er nichts davon weiß, nimmt er ihn dir nicht weg. Okay. Ich bin müde. Wir sehen uns morgen. Ja. Ich hab's leider erwischt. So, funktioniert die Inkubationszeit jetzt. nicht so wirklich, wie eigentlich ursprünglich mal gesagt wurde. Oh Mann. Das riecht gut. Guten Morgen. Wo ist Sam? Wo ist Sam? Ich lass ihn erstmal ausschlafen. Oh. Naja, wenn du ihn vermisst, kannst du ihn ja aufwecken. Okay. Sam? Sam? Leider. Sam! Was ist los? Oh shit, der verwandelt sich! Das ist mein kleiner Bruder! Ah! Ah! Geist drauf. Ellie? Ellie, bist du okay? Oh nein. Oh, mein Gott. Sam. Oh nein. Sam. Henry? Ellie, bleib da. Henry? Henry, was hast du getan? Du gibst mir jetzt deine Waffe, okay? Okay, okay, ruhig. Das ist deine Schuld. Niemand ist daran schuld, Henry. Das ist alles deine Schuld. Henry? Henry, nicht. Das war's mit Henry und Sam. Ernst. Hallo um die beiden. Ich mochte die. Jackson County. Dann sind wir bald in Jackson City, ja? Es sind nur noch ein paar Meilen. Freust du dich auf deinen Bruder? Ich will einfach rankommen. Aufgeregt? Ich weiß nicht, was ich fühle. So sieht's hier eigentlich aus. 50. Das heißt, die Hälfte haben wir. Okay. Ist hier irgendwas? Visionstechnisch sieht's auch nicht mehr so rosig aus wie am Anfang der 8. Folge. Das heißt, die Hälfte haben wir schon nicht mehr so rosig aus. Und da bin ich auch nicht mehr so rosig aus. Ah, sch. Regen. Fui. Oh, noch eine neue Waffe. Tauro. Hey Diablo. Tja, so viel dazu. Wir folgen dem Fluss, dann kommen wir direkt zu Tommy. Ja komm. Fast nur eine Kugel. Muss die aber stark sein. Indisch rot. Ja. Killer. So. Was ist zwischen euch vorgefallen? Was meinst du? Du und Tommy. Ihr habt euch getrennt, also muss was passiert sein. Wir hatten ein paar Unstimmigkeiten, mehr nicht. Oh, wusste ich doch. Worum bin ich dabei? Tommy hat seine Meinung, ich hab ne andere. Und darum war er bei den Fireflies. Ja, deine Marlene versprach in Hoffnung. Das hat ihm zunächst genügt, aber wie er so ist, hatte er bald genug davon. Wie war es, äh, bei eurem letzten Treffen? Ich glaube seine letzten Worte waren, ich will deine verdammte Fresse nie wieder sehen. Puh, und der soll uns helfen? Das werden wir wohl bald raus schenken. Tja, ob mit oder ohne ihn. Wir schaffen das. Gehen wir weiter. Oh, man macht ja einen Spaziergang. Wobei wir ja eigentlich schon da sind. Weiß. Ein Kraftwerk. Ein, äh, wasser was? Es, äh, nutzt die Strömung des Flusses und macht daraus Elektrizität. Wie macht es das? Ich weiß, was es ist. Ich weiß nicht, wie es das macht. Äh, okay. Wie kommen wir da rüber? Mit der Schlüssel. Oh, Messer. Oh, was Wichtiges drin. Hey. Oh, halt viel Zeug. Noch mal 10. Okay, haben wir noch mal die... ...Pachete. ...Mach mal die Schleuse zu. Oh, was? Oh, was? Oh, was? Oh, was? Oh, was? ...Mach mal die Schleuse zu. 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 ...Mach mal das ist. Praktisch! Praktisch! Ich weiß! Steig auf die scheiß Palette! Zufall ist immer eine perfekte Palette irgendwo zu finden. Ja, los! Dreht das Ding! Ja, los! Dreht das Ding! Ja! Hey, sei vorsichtig da drauf! Ja, klar! Ja! Lagerfeuer mal! Dem lassen Holz! Hier! Oh! Das ist zu klein für ein Grab! Ich habe vergessen, den Roboter auf sein Grab zu stellen! Was mache ich jetzt damit? Elli! Was? Ich will darüber reden! Nein! Warum nicht? Wie oft müssen wir das alles noch durchkauen? Dinge passieren! Das ist nun mal so! Aber... Es reicht jetzt! Schon gut! Tut mir leid! Tut mir leid! Tommi! Kann man doch auch, oder? Ja! Oh! Ich habe Hunger! Ich weiß! Habe ich auch! Das nächste Eichhörnchen muss man glauben! Noch ein Stück weiter und dann besorgen wir was zu essen! Gut! Wenn ich verhungere, ist das deine Schuld! So schnell! Warum hast du nicht? Gehen wir rein? Außenrum geht es nicht! Wir müssen durch die Fabrik! Das ist Secure Facility! Hier! Wasserkraft Base Jackson County Nationalparkdienst, Eigentum der Regierung, unbefugte Fahrzeuge verboten! Hier haben wir eine Karte! Äh... North Tiedenkraftwerk, Wyoming! Operationslinien in Verbindung damit über 244,05 Meil! Na, wo sind wir? Wir sind... Da unten! Rechts irgendwo! Wieder was herstellen! Oh, Messer! Messer wichtig! Schauen wir mal! Schauen wir mal! Schauen wir mal rein! Ich will wieder reinkommen! Oh, das ist die Tür offen! Jupp! Wack es ja nicht die Waffe zu ziehen! Pistole weg sofort! Ellie! Tu, was die Dame sagt! Okay! Ihr habt euch verirrt? Wir wussten nicht, dass hier jemand ist! Wir wollten hier einfach nur durch! Und wohin? Wir sind okay! Was, du kennst die beiden? Ihn kenn ich! Du bist mein verdammter Bruder! Tormi! Oh Mann, Scheiße! Wie geht's dir, kleiner Bruder? Verdammt! Lass dich mal ansehen! Du bist scheiß alt geworden! Wart's ab! Das blüht dir auch noch! Das ist Maria! Sei lieber nett zu ihr! Sie ist sowas wie die Chefin hier! Ma'am! Danke, dass mein Kopf noch dran ist! Wär ja auch peinlich, den eigenen Schwager abzuknallen! Tja, irgendwann erwischt es uns eben alle! Ellie, richtig? Ja! Was führt dich her? Äh... Das ist eine lange Geschichte! Warum gehen wir nicht rein? Ja! Hunger? Und wie! Falscher Alarm! Es sind Freunde! Es gab Überfälle! Hier sind viele Räuber unterwegs! In letzter Zeit war es ruhig! Was machst du eigentlich hier? Ich dachte, du wärst in Jackson! Wir wollen das Kraftwerk wieder zum Laufen bringen! Es hat schon funktioniert! Aber eine Turbine ist hin! Es gab hier Strom, Joel! Gab! Wir kriegen das wieder hin! Oh Mann! Ich hab hier Pferde! Sogar ganz schön viele! Hey Tommy, hilf mir mal kurz! Warte, bin gleich wieder da! Äh, darf ich? Ja, na klar! Er mag Ohren kraulen! Kannst du denn reiten? Ja, allerdings! Wann hast du reiten gelernt? Winston! Ein Soldat aus der Zone! Er hat's mir gezeigt! Weißt du, wenn du willst, reiten wir nachher ein Stück! Das wär klasse! So! Hey, danke Tommy! Kein Ding! Okay, weiter mit der Führung! Ah, Tomina mal nur am Anfang gesehen gehabt! Ah? Ja? Was machst du hier? Solltest du nicht heute Morgen zurück? Ich warte auf Hause und die anderen, die mich ablösen! Ah! Wir kommen klar, du... du kannst nach Hause gehen! Es sind nur noch ein paar Stunden, ich zieh das durch! Okay, dann... mach's gut! Ellie, schubst nicht! Ich hab hier gerade im Rucksack! Maria! Ja, was ist? Wir sind im Kontrollraum! Steve bringt gerade alles zum Laufen! Schaust du's dir an? Ich esse lieber was mit Ellie! Ich bin sowieso dran! Ich geh! Ich komme mit! Geh mit Maria und iss mal was! Joel! Komm, Ellie! Lassen wir die Jungs mal machen! Ich schicke Tommy rüber! Er hilft! Komm! Tch! Das ist das sechste Mal, dass wir's mit diesen Turbinen versuchen! Wir sind ne Woche hier, aber mir reicht's schon! Äh... Ich hab da was für dich! Ich war letztes Jahr in Texas! Zuhause! Es war nicht mehr allzu viel da! Aber das... Sarah! Hier! Ein bisschen verblasst, aber sonst noch gut! Nimm du es! Sicher? Ich meine... Ich sag dir nimm es! Da oben schläft jemand! Okay! Ich bewahr es für dich auf! Tommy! Ich... Ich... Ich muss mit dir reden! Alleine! Ja! Okay! Lass mich noch schnell nach meinen Leuten sehen! Komm mit! Oh, was zu luden für mich? Ich bin da lang, ich geh mal hier lang! Da ist was! Da ist was! Noten! Jetzt noch mal 70! Okay, noch 30! Lass mal hier als Gast kommen und einfach mal klauen! Vielleicht hast du gehört, wie es in der Stadt läuft! Wir sind jetzt mehr als 20 Familien! Es waren Maria und ihr Vater! Sie hatte die Idee einer unabhängigen Stadt! Wir haben Saatmut und Tiere! Weißt du noch, dass wir dachten, niemand könnte so leben? Ja, wir tun es! Was macht ihr zu eurem Schutz? Die Erwachsenen bewachen die Umgebung! Wir haben einen elektrischen Zaun! Und das kann dann wieder laufen! Aber Infizierte kommen trotzdem hin, ne? Wohin nicht? Aber so ist halt die Welt! Vielleicht muss das nicht sein! Ha! Du klingst wie Marlin! Und? Na, Kleiner? Das ist Buckley! Nicht gerade ein Wachhund! Aber er ist wie ein Freund! Ja, braver Hund! Ja, er ist ein braver Junge! Ja, er ist ein braver Junge! Ja, er ist ein braver Junge! Und es geht! Klar! Ich verdopple! Wir sind fast fertig! Sie müssen nur noch die Platte holen! Merkbar! Keine eine! Ein Trainingsbuch! Auch Bomben verbessert! Was haben wir denn? Schauen wir mal! Die wäre noch interessant! Panzerbrechen! Hat echt zu wenig, äh... Sourcen, ey! Seht's? Na komm! Na komm! Ja, Schaden! Ist immer gut! Ein Werkzeug fehlt mir noch! Na, Nachlade-Tempo noch auf Maximum! Gut! Jetzt sind wir wieder arm! Ja... Sieht gut aus! Ich glaube, in einem Durchgang kannst du auch nicht alle Waffen maxen! Das wird nicht funktionieren! Drei Schuss noch! Vorsicht! Schlecht! Okay, das ist gut! Absenken! Langsam! Okay! Das ist gut! Jummi ist hier! Sind wir fertig? Nur noch... Einen Moment! Okay! Und das war's! Fertig? Mach schon! Drück drauf! Es geht los! Oh Mann! Oh Mann! Geschafft, Jungs! Gut gemacht, Jungs! Jemand sollte Maria die gute Nachricht übermitteln! Das wird dann die Stadt 1,2 werden! Na siehst du? Ganz schön beeindruckend! Du schuldest ihnen 2 Millionen! Ja! Okay, Joel! Läden wir! Alle! Das ist noch was zum Looten! Dein Looten will ich nicht! Hier vielleicht? Ja... Und eine Feuerfly Hundemarke von... Brian... Bolivario... Ja... Sind sie draußen? Äh, nix! Dann reden wir mal mit unserem Bruder! Eine bunte Truppe seid ihr hier! Ah, sind gute Leute! Wir kriegen sie eine zweite Chance! Ist für alle noch eine Chance! Warum bist du aus Boston abgehauen? Ich erlebe jetzt Abenteuer, kleiner Bruder! Schätze, das hat wohl was mit dem Mädchen zu tun! Es hat sogar nur mit dem Mädchen zu tun! Gut! Erzähl schon! Sie ist immun! Immun wogegen? Ja, ich weiß! Oh, bitte! Aber ich hab gesehen, wie sie ohne Ende Sporen eingeatmet hat! Und nichts! Ich wollte es auch nicht glauben! Aber es ist so! Okay! Ich glaub's! Was soll sie hier? Sie muss irgendwie zu den Fireflies! So wie ich das hier einschätze! Könnt ihr sie hinbringen und kriegt dann den Lohn! Ich hab ewig kein Firefly gesehen! Aber du weißt, wo sie sind! Ich verlang nicht viel, Tommy! Einfache Ausrüstung! Und dann bin ich wieder weg! Warum sollte ich das für dich tun? Das ist nicht für mich, Tommy! Es geht um deine Sache! Meine Sache ist jetzt die Familie! Wir reden hier doch nicht von einem Spaziergang! Herr Gott, nochmal! Soll Maria ein paar von deinen tollen Freunden dazu bringen! Wir haben auch Familie! Tommy, es muss sein! Du willst Ausrüstung? Klar! Aber das Mädchen werde ich dir nicht abnehmen! So dankst du mir also alles, ha? Ja! Dir danken? Für die ganzen Jahre, die ich für dich da war! Für mich! So siehst du das! Ich habe nur Albträume aus der Zeit! Tommy, nur durch mich hast du überlebt! Hat sich nicht gelohnt! Ich bringe die Heilung für die Menschheit und du spielst bockiger kleiner Bruder? Wir sind nicht zu Hause! Fass mich noch einmal an und es wird böse für dich enden! Was war das? Das ist ein Angriff! Du weißt doch noch, wie man Leute umlegt, oder? Ja! Mist! Röber! Halte sie hoch! Lasst sie nicht ins Gebäude! Mein letzter Schuss! Was ist denn? Was ist denn? Ist oben! Zeig dich! Du weißt! Eh... Was von Kino? Jetzt sollte ich mit meiner Mariette nicht mehr zuschlagen, sonst ist sie für immer weg. Mit dir. Boah. Sehr viel Schaden gemacht. Tommy, Räuber, sie kommen ins Gebäude. Kommt ihr irgendwie raus? Nein, keine Chance. Wir kommen zu euch, bleibt nur. Sie sind hier, endlich versteckt dich. Maria, oh verdammt. Also Schaden, der gerade gemacht hat. Boah, Mariette oder Axt? Axt. Oder was? Jetzt. Oh, jemand? Die Wuseln hier alle so rum. Mal halt vokuss. Muss ein Kill sein. Genau. Oh, der macht gar nichts. Ah. Kept nach dem Stehen. Na los! So. War ein ganz schön T-Shot. Ja, war er erledigt. Was ist das? Geloot? Alter. Ah ja. Ellie ist bei denen, die kann schießen. Was ist das? Die hab ich auch noch nicht benutzt. Tommy, gib mir Deckung. Ich weiß nicht, ihr Freund und wer ist Feind. Das ist Feind. Drüben ist Feind. Was macht er da noch nicht? Was ist das? Das war verdammt knapp. Bist du okay? Ja, ja, alles klar, alles klar. Joel, oh Mann. Sie kamen aus allen Richtungen und Maria schrieb, wir müssen weg. Und dann sind wir über die Tische und der Riese schießt in der Spruchflüge. Ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Hör zu, hey, hey, bist du verletzt? Nein. Gott verdammt. Ich muss mit dir reden. Vergiss es einfach. Der soll sich jemand anders suchen. Maria, ich kann das einfach nicht ablehnen. Ist dir klar, wie viele Männer wir verloren haben? Worüber sprechen die denn? Hat es was mit mir zu tun? Wir reden später darüber. Weißt du schon, wo das Labor ist? Wir reden darüber später. Später. Toll. Ein Fehler. Ein Fehler. Und ich gehöre zu diesen Witzen, okay? Ich muss das tun. Ich weiß nicht, was ich sonst sagen soll. Gut. Maria. Maria. Jetzt geht's los. Du. Wenn irgendwas, wenn irgendwas schief geht, bist du schuld. Wie immer. Sie ist dankbar, weißt du? Ja, ich weiß. Ich bringe dein Mädchen zu den Fireflies. Brauchst dir keine Sorgen machen. Es ist das Beste. Vielleicht kommt ja was Gutes dabei raus. Ich rede erst mit Ellie. Nochmal, ich verstehe nichts. Joel. Was ist denn? Dein kleines Mädchen. Sie ist mit einem unserer Pferde abgehauen. Verdammt. Wolang? Komm mit. Ich hab sie gerade wegreiten sehen. Geh wieder rein. Hilf denen einander aufzuräumen. Okay. Bleib vorsichtig. Jetzt kommen böse Buben. Sie kann noch nicht weit sein. Wir finden sie. Keine Sorge. Dieser Dickkopf. Macht sie das Räfter mit dir? Eigentlich nicht. Ich weiß nicht, was sie hat. Hier geht's nicht weiter. Was soll er? Was soll das denn bloß? Da. Spuren. Oh, man kann es an Flingsworten. Komm. 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 Oh, 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 oh! Ich gebe Deckung! Das sind viel zu viele. Ich gebe Deckung. Okay. Gut, aber wie wir hier durchkommen und uns fragen, wie Ellie hier überhaupt durchgekommen ist, das sehen wir dann in der nächsten Folge von The Last of Us Part 1. Hat mich gefreut, dass ihr zugeguckt habt und würde mich natürlich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet bei der zehnten Folge und bis dahin haut rein, euer Smoker. Schönen Tag noch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.